Die zu fassen Krieg Weil die jetzt schon ausschalten wird glaube ich ganz klug Na komm Das müsste doch hinkommen Kommt aber nicht, kommt nicht, kommt nicht Wo, 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 was ist denn da los? Nein, nein, bin nirgends, alles gut Nein, 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 nein Hä, wo sitzt denn der Joker Achso, jetzt bin ich einfach nur so verrückt, okay So Das war's für heute. Die sind so praktisch auf dem Weg lagen. Die sind so praktisch auf dem Weg. Kannst du mir vorstellen, dass Stag's face, wenn wir ihn haben? Ja, ich bete ihn nicht sicher ist, was in dieser Aktion. Wer fliegt in der Nähe von der Nähe? Es war nicht wirklich ein Träger. Was hat er gemacht, Gott? Ich glaube, es ging runter. Alles in der Nähe ist. Ich glaube, ich bin ein Stigler. Ich glaube, ich bin ein Stigler. Ich bin ein Stigler. Ich bin ein Stigler. Okay. So, und das war der erste. Wie viele sind hier eigentlich? Vier. In welche Richtung guckt er? In die... Ah, das ist auch noch mein Spezi. Die Drohne hole ich mir auch gleich noch. Ach, und einen Drohnenpilot haben wir auch noch dabei. Das wäre er offen. Ah, jetzt müsste die Drohne abstürzen. So, hatte ich doch eigentlich übersehen. Okay. So, hacken nach Batman-Art mal wieder. Ich bin ja kein Elektronik-Experte, aber ich glaube so funktioniert das nicht ganz. Okay. 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 So, jetzt möchte ich aber ganz kurz noch die eine Flugdrohne ausschalten. Wenn die hier sowieso in der Nähe ist. Die war doch gerade noch in der Nähe. Wo ist? Das ist eine Nicht-Flugdrohne. Gut, dann nehme ich erstmal die da hinten. Und die sollte ich auch zu fassen kriegen. So, X gedrückt halten. Und die letzte war doch jetzt auch hier eben noch in Sichtweite. Ne, das ist ein Helikopter. Das hat damit nichts zu tun. Das haben schon ganz andere Kaliber gesagt. Jetzt ernsthaft, wo ist die letzte Flugdrohne? Sehe ich die auf der Karte? Ne, es wird wohl noch kommen. Okay. Okay. Ah gut, dann sammle ich jetzt das in meine Spielzeug ein. So viel zu viel zu viel, die sich nicht in die Luft zu kommen. Das ist das Haus zu kommen und jetzt zu kommen. Okay. Okay. Oh. Ach, siehst du mal. Oh, ist auch hier unten. Wie viel hat er Davon wohl in der Stadt versteckt hat? Also eine Zeit lang gab es ja die Night Owls, die hatten alle 13. Stockwerke unter Kontrolle, aber die hat Batman ausgeschaltet. Das heißt, es ist möglich, dass die jetzt zumindest teilweise, dass die jetzt zumindest teilweise unter Batmans Kontrolle stehen. Oh, ich glaube, ich habe die Drohne wieder gefunden. Ja, da ist sie. Aha, dann hole ich mir zumindest jetzt die Lufthoheit. Oh, nein, die kommt doch zusammen. Ja, wo ist sie denn hier? Da ist doch noch genau eine Drohne. Ich finde das schön, dass sie das schon mal stört. Das ist die, äh, nur Söldner sind und die gegen den Helden eben antreten. Gut, bei Batman ist es noch realistisch, aber gegen Superman keine Chance. Aber doch, mit Kryptonit, ja. Ich würde Luftho bringen. So, wie komme ich hier rein? Ah, okay. Ah ja. Äh, wo ist das neue Spielzeug? Distanz-Hacking-Gerät. Ja. Das ist gute alte Worte raten. Biochemie. So. Jetzt mal kurz gucken, nicht, dass mich hier noch irgendwas überrascht. Da unten ist das Ding! Ah so, okay. Okay, ciao. Jetzt habe ich schon so viel Batman gerade die Arkham-Reihe gespielt und kriege trotzdem die Kontrolls manchmal noch durcheinander. Oh, okay. ja wie man kriegt neue spielzeug da muss natürlich auch gleich für alles eingesetzt werden die technologie wirklich die heilung ist da bin ich mir jetzt nicht sicher hilfreich keine frage aber heilung